Das Flensburger Punkteregister wird ab dem 1. Mai 2014 komplett überarbeitet. Das bedeutet, es gelten neue Regeln. Ab sofort werden die Verkehrsordnungswidrigkeiten und Straftaten nur noch mit 1 bis 3 Punkten bewertet. Dafür ist der Führerschein auch schon bei 8 Punkten weg. Bislang waren es 18 Punkte. Weiterhin gibt es bedeutende Neuregelungen bei der Frage, wann Punkte wieder gelöscht werden. Man spricht von Tilgung. Waren es bisher 2 Jahre ohne einen unterbrechenden Verstoß, sind es ab dem 1. Mai 2014 2,5 Jahre. Allerdings ohne, dass diese Frist durch eine neue Tat unterbrochen werden kann.